So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zum Q&A mit Maximilian, Rodrigo und Johnny. Das heutige Thema, spontan, locker, flogge ich aus dem Ärmel geschüttelt, nur für euch. Wieso hast du einen Popel auf dem Pullover? Das ist unangenehm. Das ist Haut. Haut war mal so Haut auf dem Pullover. Das macht die Geschichte nicht besser. Das ist meine Hornhaut. Das ist eklig. Wieso erzähle ich das gerade hier? Alter. Was ist denn das Thema eigentlich? Das Thema ist, wie wichtig sollte ich das Beintraining nehmen? Habe ich mir gerade gedacht. Ja, doch, komm. Ja, nicht? Ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, gut. Gut. Wie kommst du denn schon wieder auf das Thema gerade eigentlich? Weiß nicht, ist mir gerade eingefallen. Weil du gerne jeden Tag Front Squats machen würdest. Nein. Ich weiß warum. Sag mal. Wie hieß der Film, den wir angeguckt haben oder angucken sollten? The Perfect Physique? Ja, genau. Erzählt der eine. Ja, mit seinem Waden. Mit seinem Waden. Richtig, stimmt. Und nicht nur das, irgendwie ins Training gehe und dann sagt er, er geht ins Training und habe so eine Podcast-Folge angeboten. Nee, warte, den Tag, wo er sich am besten viel trainiert erwarten, weil das dann schwache ist. Ist ja auch egal. Darf ich jetzt einleiten? Ganz kurz, das meine ich aber nicht. Der meinte, der eine geht, er nahm, das ist, ich erinnere mich nicht, er hat einen Namen genannt. Der geht ins Training, wollte er eigentlich Beine trainieren. Aber dann sieht er dann ein Mädchen, also er hat einen Namen dafür benutzt. Ich sage jetzt einfach Mädchen, die gut aussieht und denke, oh, ich muss mich jetzt, er hat das nochmal gesagt. Einer von denen hat es erzählt, ich bin mir nicht mehr sicher, oh, dass ich jetzt Beine trainiere, muss ich mich ja präsentieren, also trainiere ich groß und Bizeps, damit ich Sally gefalle oder so. Ach, das war doch Brad Pitt, der das gesagt hat. Brad Pitt, der Typ ist leider so. Okay, warte, warte. Brad Pitt hat gesagt, Beine trainieren. Brad Pitt. Warte, kurz ein bisschen Input geben. Auf Netflix gibt es einen neuen Film oder eine Doku, The Perfect Physique. Und zwar für alle, die ein bisschen fitnessverrückt sind, da sammeln sich fünf IFBB Pros und fünf Fitnessmodels in einer Villa. Die sehr schwul aussehen. Ach, halt das Maul, die sehen alle heftig aus. Ach, jetzt auf einmal. Aber Maximilian liebt sie alle, abgöttisch. Er hat auch ein Poster von denen an seinem Brüßschrank. Scheiß, auf jeden Fall sammeln die sich irgendwie ein Wochenende in der Villa und reden ein bisschen über Fitnesstraining, trainieren alle zusammen. Maximilian hat ihn auch schon getweetet, aber die tweeten nicht zurück. Okay, jetzt halt dein Schuss. Ich habe ihn schon zweimal geguckt, wie kleiner Wechsel an den ersten zwei Tagen. Für alle, die Fitnessfreaks sind, das zweite Mal war ein bisschen langweilig, aber die ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen, die können sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Die können sich die Jungs mal gerne von hinten angucken. Man muss sagen, die anderen beiden Spacken haben abgebrochen, weil es denen zu langweilig war, aber wenn man ein richtiger Fitnessfreak ist, dann, also ich feiere das. Oh, die anderen Spacken, keine Fitnessfreaks. Darum geht es doch gar nicht. Johnny hat mir das davon erzählt oder empfohlen, empfohlen kann man gar nicht sagen, weil er nur 15 Minuten geschaut hat, hat er mir heute erzählt, aber er hat mir das halt empfohlen und ich habe geguckt und ich werde es auch noch zu Ende gucken, nur gestern Abend wurde es mir einfach zu langweilig und zu spät, weil ich heute Morgen ein bisschen früh aufstehen muss und deswegen habe ich dann ausgemacht, weil man bei Netflix ja wieder an der Stelle anknüpfen kann, wo man aufgehört hat. Bleib locker, Junge, ich werde das schon zu Ende gucken. Ich finde es extrem motivierend, also wer will denn nicht sein wie die... Also wie gesagt, das hat mich dann dazu bewegt, die Frage hier mal in den Raum zu werfen, wie wichtig dann das Beintraining sein sollte, weil dort hat man nämlich darüber gesprochen, wie Maxi das schon gerade erwähnt hat oder erzählt hat. Deswegen frage ich jetzt einfach mal, wie wichtig sollte das Ganze sein? Also in Greggs Plitt-Worten... Brad Pitt. Greg Plitt. Greg Plitt. Der Typ wurde leider vor ein, zwei Jahren vom Zug überfahren, aber er war auf über 200 Cover von... Aber wieso wurde er vom Zug überfahren, was hat er dann gemacht? Hat er da so ein Eiweiß gesucht oder wie? Fotoshooting hat er irgendwie... Die haben ein Fotoshooting gemacht, ohne dem Zugfahrer zu sagen, dass die dort ein Fotoshooting machen. Nein, er ist irgendwie da über so eine... Über den Bahngleis gegangen und dann kam der Zug und dann hat er gesagt, nein, ich gehe jetzt nicht runter, weil wir machen das Foto noch oder wie? Ja, irgendwas hat er da rum, die haben da rumgealbert, irgendwas aufgenommen für YouTube oder so, nein, wo er vom Zug habe ich. Ja, doof. Ja, blöd gelaufen, aber auf jeden Fall ist der Typ eine Legende. Meine Theorie, er wollte dich sterben. Meine Theorie... Ach, Scheiß. Das war ein Klick ins Jenseits. Ja, der dich auf jeden Fall... Warte, der Typ ist eine Legende, wie gesagt, auf über 200 Fitness-Covers. Eine Legende, keiner konnte ihn aufhalten, nur der Zug. Okay, der war fies, aber witzig. Keine Negles. Wenn es so weit ist, wirst auch du drüber lachen, ne? Nein, das ist auch nicht witzig. Wie sagt Serdar Sumunjo, jede Minderheit hat das Recht auf Diskriminierung. Ja. Gut. Auch ein Toter. Wenn er so doof ist. Ja, aber jetzt... Was ist denn in dem Fall die Minderheit von Zug überfahrende Tote oder was? Ja, gehirnlose Bodybuilder, IFBB Bodybuilder, die ein geiles Foto oder geiles Video für YouTube machen. Ich weiß, wer Brad Pitt ist und das reicht schon. Du hast überhaupt keine Ahnung. Roddy ist eine Legende, oder? Ja, er ist eine Legende. Und nicht nur, weil er auf diesen Covern waren, sondern das ist eine Motivationslegende. Legende, der für ihn geschwungen hat. Ja, Legenden sind da, um zu sterben. So einfach ist das. Johnny, es hat gut angefangen. Neu ist ein gutes Level erreicht, aber jetzt... Jetzt wieder mit seinem Hass. Wenn man trinkt Wasser, das ist nicht heiß, er aufzuschlippen. Ja, gut, okay, zieh weiter. Auf jeden Fall mit seinen Worten. Roddy hat es ja schon einmal kurz aufgeführt, aber er sagt halt, wenn ich ins Studio gehe, ich will eigentlich Beine trainieren und dann sehe ich da ein hübsches Mädchen und auf einmal schwenke ich um und trainiere Arme und Brust, um mich aufzupumpen, um richtig gut auszusehen für die Frauen. Und in dem Moment sagt er, nein, dann musst du die Beine durchziehen. Weil wenn du mal kontinuierlich über Jahre das durchziehst, was dein Plan dir sagt, was du dir aufgeschrieben hast, was du wann machen willst, dann kommen irgendwann die Frauen von ganz alleine und du musst dich für sie nicht aufpumpen. So hat er das formuliert. Und er hat auch eine Sache gesagt, zum Beispiel, er hat auch irgendwie gesagt, das war auch er, oder? Wo er meint, ich verstehe nicht, warum, wie heißt er mal der Jüngere? Jeremy. Er sagt doch irgendwie zu ihm, also in einem Gespräch sagt er doch irgendwie, ja, ich esse auch nicht gerne oder Diäte auch nicht gerne und ich würde auch lieber einen Burger essen und bla bla. Ja, ja. Und dann steigt er doch ein und sagt, ja, aber das verstehe ich nicht und so. Wenn du einen Burger isst, befriedigt dich das doch nur für einen Moment. Wenn du mit deinen Jungs weggehst, befriedigt dich das nur für diesen einen Abend. Das ist alles vergesslich und vergänglich. Aber wenn du dir den Arsch aufreißt und irgendwie durchgehend trainierst für dein Ziel, das ist doch eine viel größere Befriedigung, die du danach hast, nach dieser Zeit und nach dem Ergebnis. Und dann sagt er irgendwie noch, und wenn du dann auf der Bühne warst und gewonnen hast, kannst du immer noch deinen Burger essen, aber als Gewinner und nicht. Jungs, ganz klar. Das war nicht echt heftig. Und dann denk ich so, der Typ hat es einfach... Das war wieder so eine Motivationsrede, abends am Lagerfeier. Jungs, ganz kurz, ganz kurz. Hat jetzt gerade nichts mit dem Thema zu tun, aber wieso radikalisiert man das so? Macht ein Burger einen so kaputt? Nur ein einziger, also in deren Form jetzt, meine ich jetzt. Nicht in meiner. Aber das muss ich heute, du musst mal den Film zu Ende gucken, weil das ist genau was, also mehr als 15 Minuten, weil genau das ist der Punkt, was sie gestern, das erklären die die ganze Zeit, wiederholt sich auch ein paar Mal in den Gespräch. Und zwar, dass du nicht alles in dich hineinstopfen kannst und das irgendwie durch Training alleine kompensierst. Wenn du dahin willst, wo die sind oder waren oder wollen oder was auch immer, dann musst du einfach diesen Unterschied, also musst du einfach machen. Du kannst nicht einfach diesen Burger essen und erwarten, dass du dann irgendwie mit 8% Körperfett dann... Aber dieser eine Burger kann es dann verändern. Ja, aber das läuft ja nicht bei diesen einen Burger. Ja, natürlich kannst du ab und zu mal einen Burger essen, aber es geht ja auch darum, wie der Alltag aussieht und was man die meisten Tage seiner Zeit macht. Aber du wärst ja zum Beispiel jede Woche diesen einen Burger essen. Also es geht nicht um den einen Burger, ne? Der Burger kann auch eine Pizza sein, der Burger kann auch ein Bier sein, das kann alles sein. Aber es geht darum, dass es dann aber jede Woche vielleicht dann ein- oder zweimal ist oder, ne? Und nicht irgendwie zwei Wochen und dann so ein Refeed-Day oder wie man das nennt. Und dann ballerst du dir halt ein paar schmutzige Kalorien rein und dann ist das aber eigentlich im Plan. Sondern diese, ach egal, werd schon nichts ausmachen, dafür traine ich morgen ein bisschen härter. Das ist ein falscher Gedanke. Ich finde, wir steuern diese Folge noch zusätzlich, statt dem Thema, sollte ich Beine trainieren, vielleicht noch die Frage mit rein, was die zum Beispiel noch aufgeworfen haben, was mir jetzt auch gerade spontan einfällt. Und zwar sagten sie, der Unterschied zwischen denen ist, dass sie das ganze Jahr über bei 8% Körperfett bleiben müssen und Extrem-Bodybuilder zum Beispiel immer diese On-Season und Off-Season haben oder wie das auch immer heißt. Die laden ja dann auf, um dann so auszusehen. Ich glaube, das könnte auch den einen oder anderen hier interessieren. Weil die machen dann diese sogenannte Masse-Phase. Und bei denen so, wenn man sich mal irgendwie googelt, so Bilder von denen in der Masse-Phase teilweise sehen einfach aus wie richtige Fettsäcke. Genau, deswegen würde ich diese Folge noch gerne mit dem Namen betiteln. Masse-Phase, Masse-Phase, Shredded-Phase sinnvoll oder lieber das ganze Jahr Shredded noch zusätzlich. Ja, Freunde, Masse-Phase oder bin ich durch den Shredded. Aber man muss erstmal in drei Kategorien unterteilen, finde ich. Also es gibt einmal Fitness-Models, die müssen, oder was heißt müssen, aber sind zwölf Monate im Jahr mehr oder weniger in Form, weil sobald sie nicht in Form sind, sind sie arbeitslos. Willst du übrigens so anders werden? Nein, nein, mehr dazu später. Weil wenn sie nicht in Form sind, sind sie arbeitslos, weil zum Beispiel auch mal ein Anruf kommen kann, hier der und der ist zum Covershooting erschienen, aber ist nicht in Form, kannst du, hast du morgen Zeit, hast du jetzt Zeit, kannst du in einer Stunde hier sein. Das heißt, du musst durchgehend in Form sein, wenn du auch dir Cover sozusagen erschleichen willst. Das sind die. Die sind aber nie übertrieben heftig massig. Die sind vielleicht für die Allgemeinheit perfekt, aber die sind nie übertrieben massig, weil sie halt nie eine richtige Aufbauphase machen können. Oder sie machen die einmal zu Beginn ihrer Karriere, dann kommen die Shootings und dann sind sie durchgehend in Form. Das ist Option Nummer eins. Option Nummer zwei sind sogenannte IFBB Pros, das sind die, die bei Olympia auf der Bühne stehen, in der neu geschaffenen Mans Physik-Klasse, die gibt es eigentlich seit fünf, sechs Jahren. Die ist halt mit Badehose und sind nicht diese übertriebenen Mastermonster, sondern die sind schon sehr massig, aber in Grenzen, ja. Da geht es aber auch nur um Oberkörper, oder? Die zeigen doch ihre Beine gar nicht, oder? Das ist so theoretisch. Ne, zeigen sie nicht. Außer die Wade, die Oberschenkel zeigen die gar nicht. Ne, aber es reicht nicht jetzt. Ich weiß es nicht. Ne, interessiert mich gerade. Haben sie bewusst nicht gezeigt, aber ich weiß nicht, jeder hält wahrscheinlich sein Oberkörper in die Kamera. Natürlich werden die wahrscheinlich heftige Oberschenkel haben, aber ich meine, ist das für die Jury? Ne, ne, primär wichtig ist nur der Oberkörper. Das meine ich, ob das dann... Achso, du meinst bei der Beurteilung. Bei der Beurteilung. Bei IFBB-Mens Physik. Genau, ob die Beine berücksichtigt werden. Ne, die Oberschenkel sehen sie nicht, aber im Zweifelsfall, wenn zwei Athleten miteinander verglichen werden, dann werden natürlich auch die Waden mit dran gezogen, wenn sie beide knapp aneinander sind. Also die Waden, ja, die Oberschenkel werden nicht irgendwie... Das hat es ja zum Beispiel bei den beiden Schweizern, ne, von YouTube, der eine hier, Mr... Patrick Reiser. Genau, ich wollte den Namen nicht nennen, genau. Ja, das weiß doch niemand. Ja, das hat sehr, sehr starke Beine und dementsprechend ist er dann nochmal, glaube ich, auf Platz drei oder so gerutscht, weil er seine Beine halt... Ja, aber das kannst du nicht vergleichen. Das war nicht Men's Physikklasse, weil er hatte ja seinen Pulsingslip an. Men's Physik hat halt Badehose. Achso, okay. Es gibt verschiedene Klassen. Mehr um diesen... Bei denen geht es ja, hat er gestern noch im Video gesagt, aber man sieht es ja, und diese schmalte Teile und halt diesen V-Körper und dann halt breite Schultern und dann halt perfekt definiert. Am besten noch heftigen Sixpane oder ne, ausgekriegte Bauchmuskulatur. Ja, genau, wir waren da stehen geblieben, also es gibt halt diese Fitnessmodels, die zwölf Monate im Jahr in Form sein müssen, dann IFBB Pros oder von welchem Verband sie auch immer sind, aber die in Badehose auf die Bühne treten, die wahrscheinlich auch nicht natural sind, aber es ist vielleicht im Bereich des Möglichen, solche Sachen natural zu erlangen oder zu schaffen. Das sind halt die, die auch von der breiten Masse mehr akzeptiert werden, obwohl es auch schon, ja, sehr massig ist. Und dann gibt es aber noch eine dritte Klasse, also was ich dazu noch sagen muss, zu den Badehosenathleten sozusagen, die müssen auch nicht zwölf Monate im Jahr in Form sein, sondern die sind auch, weiß ich nicht, ein paar Monate in Form und ein paar Monate nicht und machen eine Massephase. Das kannst du aber, oder das musst du auch machen, wenn du dementsprechend massiger werden willst und ja genau das fehlt halt bei den Covermodels und dann gibt es halt die dritte Klasse, die richtig übertriebenen, die alle zu 1000% auf Stoff sind, so Jay Cutler, Ronny Coleman, Arnold Schwarzenegger, diese ganze Kategorie, Phil Heath momentan, die ganzen Leute, das ist nochmal die dritte Kategorie und die sind auch nicht das ganze Jahr in Form, sondern die sind in Form für Olympia und dann sieben Monate oder so machen die auch eine Aufbaufase und nehmen auch erheblich an Fett zu. Genau, aber die in der Aufbaufase werden ja richtig fett, die siehst du ja gar nicht an, dass das Sportlässe ist. Die kriegen ja richtige Schweinebräuche. Die sind ja richtig massig dann. Und bei diesen anderen da, ich kann diese Abkürzen nicht auch sprechen, IFBB, wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja bei denen ist ja so eine Massephase, dann gibt es höchstens bei den 12, 13% Körperfett und das ist eigentlich schon, das ist schon fast optimal. Okay, dann nochmal die drei wesentlichen Merkmale der drei Typen quasi, also Fitnessmodels sind nie übertrieben massig, weil sie 12 Monate im Jahr in Form sein müssen, dementsprechend dann keine Muskeln mehr aufbauen können. Die IFBB Pros sind deutlich massiger, sind nicht das ganze Jahr in Form und wenn sie dann aber neue Masse aufbauen wollen, dann ist es der sogenannte Lean-Bulk, also relativ wenig Fettmasse und qualitative Muskelmasse und dann gibt es die Hardcore-Bodybuilder, auch in ihren Posing-Slips, die natural, also was natural nicht mehr zu erreichen ist, die sind auch nicht 12 Monate im Jahr in Form, sondern auch nur wenige Monate und sind in der Massephase richtig fett. Okay, dann hast du jetzt sozusagen ja die Frage adäquat beantwortet. Adäquat? Genau, adäquat. Das, was mit Autos tut. Nein. Dann kommen wir zur ursprünglichen Frage nochmal zurück, nämlich zum Beintraining. Die Folge ist schon wieder völlig wirrbar, so wie diese, wo wir auch drei verschiedene Themen hatten. Nö, die sich wirrbar, aber das hat sich jetzt ja gerade daraus ergeben, weil wir kamen ja aufs Beintraining durch den Film, dann ist uns halt aufgefallen, dass im Film noch ein bisschen mehr gesprochen wurde als das Beintraining, weil es natürlich auch ein paar wichtige Sachen waren, die ihr da jetzt mit eingebracht habt. Dann sagst du mir, okay, dann können wir das ja auch mit aufgreifen, von daher wieso nicht? Also das musste sich ja jetzt nicht nur um ein Beintraining handeln. Wenn das eine zum anderen führt und andersrum, dann, ja, Rodrigo hat ein neues Wort hinzugelernt und kann es jetzt an einem Wortschatz hinzufügen. Vokabular. Wortschatz, Wortschatz nennt sich das. Vokabular. Wenn du lernst, A's mit E's nicht zu verwechseln, dann können wir über Vokabular reden. A's mit E's. A's mit E's. Ja. Der, die das hier, aber A's mit E's. A's mit E's machst du auch ganz oft. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, aber wir können sicherlich nochmal irgendwie eine Best-of-Folge machen mit Rodrigo's Versprechern und Artikelfehlern. A's mit E's. Ich habe gesagt, man sollte es natürlich nicht vernachlässigen, gerade wenn so eine hübsche Sandy da ist oder wie auch immer. Aber was haltet ihr denn davon? Jetzt unabhängig, dass ihr es jetzt gesehen habt, aber wie ist euer Empfinden dabei? Ich weiß nicht, macht ihr regelmäßig Beintraining? Also bei Rodrigo weiß ich ja zum Beispiel, okay, ich gehe ja mit ihm zusammen zum Training. Ich glaube, Maxi brauchst du noch nicht fragen, ob er es regelmäßig macht. Ja, ich brauche ihn nicht fragen, aber ich frage ja Interesse der Zuhörer. Ja, natürlich, der wird es auch erklären, aber wenn du was fragst, so als würdest du dran zweifeln. Ey, ich trainiere dreimal die Woche Beine. Echt? Dreimal? Echt? Freak. Ich habe zweier Split. Erklär das mal bitte. Oberkörper, Unterkörper. Erklär das mal bitte. Was ist denn deine Motivation, Alter? Wieso machst du das denn eigentlich? Sally. Naja, also, damit die Frauen mich auf Instagram liken. Die Frauen sind scheißegal, aber im Prinzip muss man da sich mal Roddys Folge anhören zu den Splits und wie ich mein Training am besten aufteile, heißt die, glaube ich. Ist ein paar Folgen zurück, die könnt ihr mal anhören. Also, man kann es ja so gestalten, dass man jede Muskelgruppe einmal die Woche trainiert und dann mit sehr viel Volumen, also sprich viele Wiederholungen, viele Sätze, viele Übungen, dass du dann, keine Ahnung, an deinem Beintag irgendwie acht Übungen machst und immer vier Sätze und dann bist du richtig zerstört und kannst eine Woche nicht laufen. Das Problem bei der Sache ist aber, dass zumindest auf natürlichem Weg die Proteinsynthese, also die Zeit, wo der Muskel wirklich aktiv wachsen kann, die ist maximal 48 Stunden lang, also zwei Tage. Von daher macht dieser alte Bro-Science-Bodybuilding-Split nicht unbedingt viel Sinn. Und man kann jetzt einfach da hingehen und jede Muskelgruppe zweimal die Woche trainieren zum Beispiel und dann nimmst du diesen einen massiven Beintag mit acht oder zehn Übungen und teilst den einmal in der Hälfte und verteilst ihn auf zwei Tage. Das heißt, vom Volumen her hast du komplett das Gleiche, nur dass du zweimal die Proteinsynthese anregst und doppelt profitierst und eine doppelt so lange Zeit Muskeln aktiv aufgebaut werden. Wieso dann noch ein drittes Mal? Und jetzt kannst du noch weiter gehen, also das würde ich dann aber auch eigentlich nur im Fortgeschrittenen empfehlen. Jetzt kannst du noch weiter gehen und diesen einen massiven Tag von dem ersten Beispiel in drei Tage aufteilen, dass du dann irgendwie pro Tag nur noch drei, vier Übungen hast für die Beine an deinen drei Beintagen und dann reizst du die Proteinsynthese dreimal und da der dann eine Woche sieben Tage hat und die immer für 48 Stunden aktiv ist, reizst du dann von sieben Tagen sechs Tage lang die Proteinsynthese für die Beine. Und genau das Gleiche machst du natürlich mit dem Oberkörper und mit allen anderen Muskelgruppen auch. Also bei mir ist es dann so, dass ich halt drei Oberkörpertage habe, drei Unterkörper und die wechseln sich immer ab. Also wenn du das jetzt dann dreimal aufteilst, machst du dann auch nur drei Übungen für Beine an den einen Tag. Nee, ich mache noch ein bisschen mehr, muss ich ehrlich gestehen. Ja, aber als Beispiel wäre das dann, du machst dann nur drei Übungen, aber dann halt mit mehr Volumen machst. Keine Ahnung, fünf, sechs Sitze, Kniebe. Naja, die Theorie dahinter ist, dass du genau das gleiche Volumen nimmst und aufteilst. Mir ist es dann aber immer zu wenig, deswegen schlitter ich aber auch gelegentlich ins Übertraining. Ja, das mache ich ja, wenn du jetzt jetzt... Ja, aber guck mal, deswegen schlitter ich alle sechs bis acht Wochen ins Übertraining. Ich mache zu viel, definitiv. Aber ich will nicht in meinen Kopf rein, dass ich nach drei Übungen nach Hause gehe. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich würde jetzt sagen, wenn du jetzt irgendwie fünf Sätze machst bei der ersten Übung und danach machst du irgendwie vier Sätze, dann bist du ja nach einer halben Stunde nicht mal bist du durch. Ja, also theoretisch musst du spätestens nach einer Dreiviertelstunde oder einer Stunde das Studio verlassen. Aber wie gesagt, das will nicht in meinen Kopf rein. Würde eigentlich aber reichen, ne? Es würde reichen, es wäre vielleicht sogar besser, aber da ist irgendwie noch, keine Ahnung, irgendeine Bremse im Kopf. Von wegen, mehr hilft mehr. Es ist halt nicht so, dass mehr mehr hilft. Zumindest nicht immer. Wenn man jede Muskelgruppe dreimal die Woche trainiert, dann reicht vom Volumen her, reichen echt zwei, drei, maximal vier Übungen pro Einheit. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Das heißt, du sagst jede Woche, diese Woche sagst du zum Beispiel dreimal Beintraining und dann zweimal nur Oberkörper oder auch dreimal Oberkörper? Dreimal Oberkörper, drei, drei. Und wo wechselst du es dann ab? Das habe ich jetzt nicht verstanden, weil du meintest... Jeden Tag, er geht zu sein, jeden Tag ins Training. Einen Tag geht der Oberkörper, einen Tag Beine. Da hast du schon zwei Tage hinter dir. Das machst du ohne Pause dreimal hintereinander. Wenn ich montags Beine trainiere, kann ich Dienstag ja nicht wieder Beine trainieren, weil die Regeneration brauchen. Genau, da mache ich Oberkörper, Mittwoch wieder Beine, Donnerstag Oberkörper, Freitag Beine. Ja, Samstag Oberkörper. Oder halt der Eintag Pause oder so. Und weil du aber weißt, dass du übermorgen schon wieder die Beine trainieren musst, kannst du halt nicht sechs, sieben Übungen machen oder kannst nicht komplett ans Limit gehen. Man geht dann auch nicht unbedingt ganz los. Pass auf, du sprachst aber vorhin von Übertraining. Nur mal so eine kleine Theorie. Wenn du das Gefühl hast, dass du nach drei Übungen noch nicht nach Hause gehen kannst, weil du sonst zu wenig gemacht hast, wieso fängst du dann nicht an mit anderen Übungen, die dein Körper vielleicht noch nicht kennt? Also sowas wie funktionale Übungen, was Rodrigo zum Beispiel mit mir macht oder so. Oder einfach andere Sachen außer den Gewichten. Was meinst du? Ich verstehe die Theorie nicht. Rodrigo hat zum Beispiel bei unserem Training eingebaut, dass wir einen Tag in der Woche haben, wo wir nur mit unserem Körpergewicht arbeiten. Aber das ist was anderes. Es ist ein anderer Reiz, der ja an deinem Körper gesendet wird. Das ist sozusagen mit diesem Tag, will ich ja, also er hat ja ein anderes Ziel. Es ist kontraproduktiv für mich. Genau, sein Ziel ist ja Muskelaufzubauen, oder? So Zeit? Ja, aufzubauen. Bei mir, ich will auch aufbauen, aber an dem Tag sage ich mich, ich will ja ich spiele ja noch Fußball nehmen, weil ich bin leistungsfähig bleiben. Deswegen dann diese funktionalen Übungen. Es ist ja mehr Kraftausdauer als Muskelaufbau. Also für einen Muskelaufbau bringt so ein funktionaler Tag eigentlich überhaupt nichts. Das verschwendete Zeit an dem Tag mache ich dann halt lieber richtige Übungen, die wirklich was für einen Muskelaufbau bringen. Okay. Schüsse, deswegen macht das für ihn eigentlich keinen Sinn. Wenn er jetzt irgendwann in seine, ich möchte jetzt abnehmen und eine definieren, dann kann er sich sagen, wenn er Bock hätte, einen Tag, dass er vielleicht sowas macht. Aber selbst? Nein, das wird Sinn machen. Selbst an dem Tag habe ich Angst vor Muskelaufbau und setze meinem Körper dann lieber dementsprechend BCAAs. Ich nehme jeden Tag BCAAs, aber du weißt genau, wie das letztes Jahr lief. Gefühlt habe ich mehr Muskelmasse verloren, als hätte es ein bisschen. Ja, aber guck mal, du hast doch jetzt eine Fitbit und bist Ernährungswissenschaftler. Ja, aber nichtsdestotrotz. Du weißt doch, das geht immer um die Kalorienbilanz. Natürlich geht es um die Kalorienbilanz. Wenn du dann so ein Training einbaust, kommen wir noch mal zum Film zurück. Was erzählen sie über Cardio? Auf nöchternen Magen, klar. Auch Theorien aufgestellt, wo ich der Meinung war, stimmt das, stimmt das nicht. Ich habe ihn noch nie so gehört, aber macht irgendwie auch Sinn. Was? Auf nöchternen Magen? Nein, 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 nein. Das ist der eine, wo er sagt zu, ja, der eine ist der... Ja, der Schwarze, ja, ich muss doch so was essen. Ich muss was essen, sonst ich habe Angst, dass ich Muskel abbaut. Ja. Dann dachte ich so, ja, ich kann auch BCAAs nehmen oder nicht dafür. Dann sind wir doch auch gedacht. Der eine sagt so... Der kam ja, aber auch, das war nicht der Allerhälste. Das war auch, den kennt man nicht mal. Aber der ist aber nicht... Aber der ist am naturalsten von den Fassern. Ja, aber der ist nicht annähernd da an der Weltspitze, sage ich mal. Nein, das ist aber egal, aber... Weil er auch nicht so das Trainingswissen weiter hat. Aber trotzdem seine Theorie, er kann das nicht, gut. So, ich finde das jetzt auch nicht. Der andere sagt, ja, guck mal, wenn du abends das isst und bla bla bla. Hier, Haferflopfen, bla 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 bla. Dann hast du jetzt die Kalorien. Und jetzt morgens gehst du auf nüchternen Mangel, aber du hast die Kalorien sowieso schon genommen. Das heißt, die verbrennst du so oder so, bla bla bla. Ich schaue das hier, naja, das geht ja wieder um die Kalorienbilanz. Ja, aber... Aber... Nichts, das... Guck mal, du bist ja konstant im Defizit. Das heißt, dein Körper kann seine Energie ja nicht nur aus den... Nein, aber du kannst ja dann an dem Tag, wenn du so einen Tag einlegen würdest, kannst du es ja dann am Tag davor oder an dem Tag dann ein bisschen mehr Kalorien zu dir nehmen. Zum Beispiel, ich mache sonntags meinen Refeed und würde den Tag auf den Montag legen. Genau. Zum Beispiel. Oder an dem Tag trotzdem, unabhängig vom Refeed, an dem Tag, wenn du hast jetzt die Uhr zum Beispiel, ungefähr wie viel Kalorien du in diesem Workout halt verbrannt hast, dann kannst du es eben sozusagen dann halt tracken und dann könntest du ein bisschen mehr essen. Als Beispiel, weil du ja Angst hast, deine Muskeln zu verlieren, was eigentlich auch Quatsch ist, weil so ein Training auch an die... Das setzt dir auch einen Reiz. Denk mal nicht, dass du davon keine Muskeln aufbauen kannst. Ja, stimmt, auch wieder. Nee, klar. Weil er denkt, das ist immer alles so einfach. Du hast doch schon mal... Willst du mal mitkommen zu so einem Kurs, wo er da die Hälfte geschummelt hat? Was meinst du, was meinst du, du sagst dreimal die Woche Beintraining, ich sag, wenn du einmal das machst, glaube ich, dann wirst du dir nicht mehr als Muskelkater haben. Das ist ja das, was ich meine. Du musst dir mal diesen Brocken angucken. Also, wenn man sich jetzt zum Beispiel MMA-Kämpfer oder sowas ansieht, da sind ja teilweise auch immer so richtige Maschinen hinter. Die gehen jetzt zwar nicht auf die Bühne, sie sind natürlich auch nicht so athletisch, also sie sind athletisch, aber nicht so muskulär, ästhetisch, nicht so... Ja, eben, und wo kommt das denn her? Weil sie zu viel Kraft ausdauern. Ja, aber trotzdem gibt es auch solche, so einen Trainer wie zum Beispiel Coach, wie zum Beispiel den einen Coach da aus der Kaifu, der natürlich auch sehr athletisch und ästhetisch aussieht. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil er natürlich nach beidem aussieht. Weil er beides macht. Weil er beides macht. Ja, aber... Und du kannst, also ich hab den gesehen, der hat genauso, wenn nicht sogar dickere Pranken als du, ne? Ja, und trainiert dreimal so lange, dass du jagst zwei Hasen und also entweder willst du sehr muskulär... Du musst hier mal die, das kannst du wegschneiden, musst mal ein paar alte Videos, ich hab mir das mal ein bisschen mit ihm befasst. Ich hab irgendwie YouTube alte Videos von ihm gesehen. Vor ein paar Jahren, der hat richtig an Masse zugedägt. Ja. Vor zwei, drei, vier Jahren... Jetzt gerade, oder was? Ja, nein, in den Lauf der letzten paar Jahren, wenn du so alte Videos, natürlich haben wir immer definiert, halt, ne? Sportlich, aber war noch nicht so massig wie jetzt. Aber das Ding hat er auch ein Video gemacht, hab ich mir angeguckt, das ist vom letzten Jahr der Massephase. Weißt du, was er dann immer nach... Er macht immer Sprints, damit er sagt immer, er will leistungsfähig bleiben. Dann hat er irgendwie Sprints mit eingebaut, hat er dann sein Training gemacht. Und danach noch irgendwie so eine Steigerungsläufe auf dem Laufband mit Sprints und so. Er hat in seiner Aufbauphase, oder? Genau, weil das kommt ja das alles, der kommt ja dann über die Kalorien ja wieder rein. Ja, aber das wäre ja auch kontraproduktiv, weil du dann wieder, also wenn du sowieso Probleme hast, deine Kalorien zu decken, dann musst du ja noch mehr fressen. Ja, egal. Was heißt denn egal, wenn du wochenlang jeden Tag 4000 Kalorien fressen, du willst sauber? Es geht dir darum, bei dir, wie gesagt, wie der Redner gegen eine Wand bei dir, es geht darum, wenn du zum Beispiel, du willst ja noch leistungsfähig bleiben, du musst ja immer noch flink und schnell sein. Das ist ja immer noch Training, ich kann ja mal Masse aufbauen, also ich kann ja jetzt auch dicker werden, aber solange ich mich irgendwie bewege und Sprints machen oder was weiß ich, dann bleibt mein Körper, kennt das ja nicht anders, von einem Gewicht drauf. Verstehst du, was ich meine? Also kann ich das ja abdecken, das heißt, ich kann mein Muskelaufbau-Training machen und ich kann ja trotzdem nochmal irgendwie ein paar Sprints mit einbauen. Natürlich werde ich übertrieben viel Kalorien verbrauchen, die muss ich aber dann durch die Ernährung halt dann wieder decken. Er hat auch mal in einem Artikel von Men's Health erzählt, dass er sich zwei Jahre lang im Übertraining befand und nicht wusste, wie er da rauskommen soll. Wie, nicht wissen? Ja, nicht wissen. Mach eine Woche Pause? Nein, 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 also ich habe diesen Artikel noch, ich kann ja jetzt... Hast du es gelesen, oder denkst du dir aus? Nein, 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 denke ich nicht. Zwei Jahre Übertraining, ich weiß nicht, ich weiß nicht, da rauskommen. Nein, 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 also... Weißt du, was Symptome für Übertraining sind? Oh, Jungs, lass mich nochmal kurz ausreden. Ja, Symptome, bla, bla, er kam einfach nicht raus, weil er halt die ganze Zeit in dieser Welt gelebt hat, in seiner Trainingswelt, Fitnesswelt, so wie er sich das Training da aufgebaut hatte, da kam er halt nicht raus. Bis er dann irgendwann mal gemerkt hat, sagt er, laut diesem Bericht, dass er mal einen Gang runterschalten musste, dass er Tage ersetzt hat, wo er zum Beispiel zum Training gegangen ist, durch Tage, wo er dann zum Beispiel nur Sauna gemacht hat oder dann halt dementsprechend andere Übungen, also mehr Gelenkschonung, also Mobility-Training oder sonst was, beispielsweise, ja. Und dadurch hat er dann sozusagen auch die Zeit wieder gefunden. Er sagt ja zum Beispiel auch in einem Artikel, dass wenn er zum Sport geht, er geht zum Beispiel, wie war das, ich glaube, zweimal die Woche zum Kraftsport und dreimal die Woche halt seinen Ausdauergedönster und Boxen und was auch immer und dann halt einen Tag Sauna und zur Ruhe kommen. Weiß er nicht. Wie dem auch sei. Wir sind vom Thema abgewichen, sehr, sehr hart. Das ist nicht immer 100% Wert auf das legen, was in irgendwelchen Artikeln gelesen wird, weil das entspricht nicht immer der Wahrheit, wie die Leute sagen, was sie machen. Da steht dann irgendwie die bestmögliche Woche drin und die findet dreimal im Jahr statt, weißt du ja. Oder die fand gar nicht statt und das ist nur so eine Aufzählung für die Leute, weil das sich das so verkaufen lässt. In dem Moment, es geht nicht um den Sportler an sich, sondern einfach nur, was die Zeitschrift vielleicht da gerade von Ihnen erwartet wird. Was ich auch hören möchte. Ja, genau. Dann wird das, was man gerne hören möchte und was sich gut verkauft, dann wird das halt erst mal so dahingestellt. Okay, zurück. Beintraining. Also Maxi, dreimal die Woche, abwechselnd. Meiner Meinung nach und nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, das Effektivste, was man überhaupt machen kann. Dreimal die Woche trainen? Beintraining? Allgemein, die Muskelgruppe nicht mehr nur einmal die Woche zu reizen, wobei das für einen Anfänger vollkommen ausreichen würde, weil der sowieso Muskeln aufbaut, wie er will, egal was er macht. Aber je fortgeschrittener du bist, desto öfter sollte man meiner Meinung nach die Muskeln reizen. Aber es gibt noch so viele alteingesessene Bodybuilder. Kennst du Dennis James? Der war auf jeden Fall elfmal auf der Olympiabiene und ist halt der Coach. Du kennst ihn ja, Johnny. Einer der Coaches, der hat die ganzen Athleten trainiert. Und der Typ sagt immer noch, trainiere jeden Muskel einmal die Woche, zerstelle ihn richtig und das reicht vollkommen. Aber die Wissenschaft sagt was anderes. Aber vielleicht ist es auch, wenn du stoffst. Ja, er stofft, aber er empfiehlt es auch naturalen Athleten. Ja, aber ich wollte es nicht. Das hat gesagt, Dings ja auch, Markus Rüth. Ja, aber... Bei dir haben wir es auch gehört. Aber ja, das sind halt noch diese alten Meinungen, die sich nicht mit... Ja, aber wisst ihr, was ich sage? Nur die Frage ist, ist es dann so oder nicht? Ich habe das schon mal versucht. Also ich habe das nicht lange durchgezogen, aber ich finde es vom Ding her, finde ich das ja auch ganz cool. Ich kann mir das mal die Muskelgruppe zu trainieren. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja, aber es ist irgendwie auch nicht so effektiv. Weil wenn du überlegst, du trainierst jetzt einmal die Brust, das ist ja so als Schwachstelle. Dann hast du den Muskelkater meistens doch bis zum Sonntag. Also ich zum... Ja, aber nein, aber das sagst du. Aber wenn du das jetzt durchgehend durchziehst, durchgehend, dann wirst du irgendwann kein Muskelkater mehr haben. Und warte, noch der, der man reinzählt, du kannst eine Woche lang Muskelkater haben, aber aktiv Muskeln aufgebaut werden nur zwei Tage. Egal wie lange du Muskelkater hast, zwei Tage und die restlichen fünf, die du dann andere Dinge trainierst, sind verschwendet für die Brust. Und das heißt ja auch nicht, das ist ja auch eigentlich kontraproduktiv, dass du so lange Muskelkater hast, weil das ist gar nicht gut. Alles, was über zwei Tage geht, hast du schon zu viel gemacht. Dann hätte ich lieber dann, wie er, sein Beintraining splittet, dreimal die Woche, dann würde ich das auch lieber splitten, weil das einfach zu viel ist. Nur weil du Muskelkater heißt, heißt auch nicht, dass dein Muskel deswegen wächst. Sondern das heißt nur, dass da ziemlich viele Frisse sind und das ist Verletzung, das ist eine Verletzung. Muskelkater ist die Vorstufe eigentlich von der Zerbung. Jetzt nochmal zu den Bodybuildern. Warum nehme ich dein Anabolika, um schnelle zu regenerieren und trainiere dann trotzdem jede Muskelgruppe nur einmal die Woche? Keine Ahnung, aber das hat nichts mit dem Beintraining zu tun. Nein, hat es nicht, aber das würde mich jetzt selber mal interessieren. Das können wir gerne in einer anderen Folge aufrollen, aber wie gesagt, jetzt zurück zum Beintraining. Also, ihr schafft es immer wieder, diese Frage nicht adäquat zu beantworten und immer wieder auf einen anderen Preis zu kommen. Ja, aber die trainieren ja auch, glaube ich, teilweise anders. Die trainieren ja auch nicht. Du bist jetzt mal ruhig. Die trainieren ja auch teilweise zu Maxi. Die trainieren auch, glaube ich, teilweise auch nach diesem Motto. Also, die trainieren zwar die Muskelgruppe nur einmal die Woche, aber die trainieren aber auch nicht jeden Tag. Teilweise, glaube ich, die trainieren auch jeden zweiten Tag. Was hast du dir meine? Nein, das ist Montag, Mittwoch, Freitag zum Beispiel. Dass sie nur dreimal die Woche trainieren. Nein, ich glaube, viele trainieren zweimal am Tag. Ja, es hängt davon ab, für was sie gerade trainieren. Ich bin da meine, ich habe auch mal, war das bei, ich weiß nicht mehr, egal. Wenn die in der Massephase sind oder so, gibt es auf jeden Fall eine Phase, da brauchen die nicht so oft zu trainieren. Wir trainieren ja auch nur dreimal die Woche. Ja, egal, wir sprechen mir gleich in Ruhe. Meine Fitbit sagt, ich muss auch 52 Schritte gehen, falls das jemanden interessiert gerade. Ja, ich verstehe, es ist genau so spannend wie Roddy und ich. Rodrigo, was ist mit deinem Beintraining? Was hältst du davon? Ja, was halte ich davon? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Haben wir ja schon aufgezählt, warum. Ich trainiere aber leider, wenn ich Beine trainiere, einmal die Woche. Wenn ich Beine trainiere, also manchmal auch gar nicht. Ja, manchmal auch gar nicht. Ich muss aber dazu sagen, dadurch, dass ich noch Fußball spiele, ich habe ein bisschen Knieprobleme und manchmal kann ich dann einfach nicht. Bei mir halt die Knie wehtun. Okay, also würdest du Leuten, die Fußball spielen, empfehlen, vielleicht einmal, zweimal die Woche nur Beine zu trainieren oder es hat nichts damit zu tun, sondern es ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass du natürlich vorverletzt bist? Nein, ich habe ja Probleme mit den Knie. Okay, aber durch eine Fußballverletzung oder nicht? Ja, also ich habe es mit dem Meniskus und deswegen manchmal, jetzt gerade in dieser Jahreszeit, wenn es kälter wird, merke ich halt die Knie manchmal und dann ist es, ich schränke mich dann halt, da sind wir wieder bei der Beweglichkeit, das schränkt mich dann halt an in der Beweglichkeit. Wenn ich dann runter möchte, zum Beispiel bei der Kniebeuge, dann habe ich halt Schmerzen und dann muss ich das halt öfters ausfallen lassen. Aber sonst versuche ich mindestens einmal die Woche die Beine zu trainieren, also aktiv mit Krafttraining. Und dann kommt noch zusätzlich, wenn wir das schaffen, diesen einen Spezialtag, wo wir funktionale Übungen machen und das ist ja auch immer sehr beinlastig. Also worauf wollt ihr jetzt eigentlich mit der ursprünglichen Frage hinaus? Was wolltest du hören? Also ich empfehle jedem, also wegen dem Beintraining, was du sagst, ich empfehle jedem, der das wirklich, egal welchen Ziel er verfolgt, mindestens einmal die Woche die Beine zu trainieren. Das war ja meine Frage. Ich wollte einfach noch wissen, es ist sinnvoll, Beine zu trainieren, also regelmäßig Beine zu trainieren oder kann man es auch schleifen lassen? Ja, zwei Sachen, die da auch noch mit reinspielen. Erstens möchtest du, oder der Großteil der Menschen da draußen möchte, einen sehr proportionalen Körper haben, dass der Oberkörper nicht extrem durchtrainiert ist und dann habt ihr so eine Pommespeaker da unten. Und Punkt Nummer zwei, das, ich weiß nicht, ist der Quadrizeps der größte Muskel im Körper? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein ziemlich großer. Und je größer der Muskel, desto mehr Testosteron strömt oder wird ausgeschüttet und davon profitieren dann auch eure anderen Muskelgruppen, die ihr trainiert und werden dementsprechend schneller aufgebaut. Das heißt aber nicht, dass die anderen Muskeln diese Hormone nicht freisetzen? Ja, aber in geringeren Mengen. Je größer der Muskel, desto mehr Testosteron wird freigesetzt. Deswegen auch, weil Johnny durch diese Theorie hat er wahrscheinlich von dir letztes Mal irgendwie abgegehört, kam er mir letztes Mal, dass wir irgendwie Beine trainieren müssten wegen dem Wachstumshormon oder so. Ich habe den Sinn gar nicht verstanden. Ich sage, ja, wir trainieren den Rücken, da hast du auch genug Wachstumshormon. Ja, aber guck mal zum Beispiel, wenn du jetzt ein Ganzkörpertraining machst, dann fängst du mit den größten Muskelgruppen an, damit da viel Testosteron ausgeschüttet wird. Und danach machst du erst die kleineren, die von sich aus nicht so viel Testosteron ausschütten und die profitieren dann von dem hohen Testosteronspiegel in deinem Blut, dass du durch die erste Übung ausgeschüttet hast. Also Ganzkörpertraining würde man dann mit Kniebeuge beginnen, dann den Latissimus und dann die Brust und dann kommen erst die ganzen kleinen Dinge. Ja, aber du könntest ja auch mit der Brust und dann mit dem Rücken, das ist ja nicht auch egal. Ja, du hast recht, es ist auch alles richtig. Letztendlich ist es wahrscheinlich wieder eine Feder auf der Waage, aber das addiert sich auch alles. Je mehr du richtig machst, desto schneller kommst du zu deinem Ziel. Du würdest aber, nein, aber das eine, ja, wie gesagt, das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Ich würde auch beim Ganzkörpertraining auf jeden Fall mit dem Bein anfangen. Weil sie auch am anstrengendsten sind. Genau, und weil das einfach, dann hast du Oberkörper und das kannst du viel besser wechseln, als wenn du dann irgendwie Bankdrücken, dann Kniebeuge, aber das ist ja auch totaler Quatsch, wenn du jetzt irgendwie Ganzkörpertraining machst und dann wieder anfängst mit irgendwelchen Isolationsübungen für die Arme, irgendwie Trizeps an Kabel, als erste Übung wählst, weil wenn du dann Bankdrücken machen möchtest, dann dir die Kraft. Ja, aber du siehst doch immer noch Leute, die ins Studio gehen, sich warm machen und dann direkt Bizeps Curls machen. Ja, weil die leider... Gibt es doch immer noch. Ja, entweder hast du einen reinen Arme Tag und wenn du keinen reinen Arme Tag hast, dann was zur Hölle machst du da? Wer ist dieser reine Arme von dem Durchbrüß? Was ist der reinen Arme? Ich hab den nicht verstanden, aber... Weiß nicht. Es ist ja auch egal. Ja, okay, die Folge ist auch schon wieder ewig. Gut, dann lass uns das doch hier beenden. Das war wieder sehr lehrreich, sehr informativ und... In letzter 10 Minuten Minute. Nein, nein, wir müssen schnell los, wir müssen ja mein Auto überbrücken, ne? Mein Auto ist stehen geblieben, es ist kalt hier im Norden, minus irgendwas Grad. Es ist scheißegal, vorhin waren es minus 3, aber es ist auch scheißegal. Nein, nein, wir müssen doch los, lass uns hinterlernen. Wie viele Minuten haben wir auf der Uhr? Garte, die funktioniert gerade nicht. Achso, da. Du hast gesagt, du zählst doch immer die Zeit auf. Achso, nee, ich zähl sie lieber nicht auf, weil nachher schneidest du es ja und dann kommt eh was anderes bei raus. Ja. Gut, also in diesem Sinne... Wie machen wir denn? Jetzt sind... 39, ne? Ich bin dann wohl in der Zeit. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, haut rein. Ciao. Ihr habt euch wohl. Wir hören uns nächste Woche. Abonniert uns. Genau, klickt, abonniert, tut was. Trainiert eure Beine. Definitiv, dreimal die Woche. Und was war noch das andere Thema? Dreimal die Woche, wenn ihr fortgeschritten seid, hört nicht auf den Eindruck. Ja, okay. Beine trainieren und on and off season. Sinnvoll, nicht sinnvoll. Ja, genau. Okay, cool. Okay, hoffentlich konntet ihr was lernen und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.